und zu diesem neuen Video und ich habe eine alte Uhr wieder gefunden und ja die Uhr werde ich gleich mit euch testen ich lade sie gerade schon auf, das ist so eine Touch-Uhr, so halt wie so eine Apple Watch halt und ja, also ich werde sie gleich mit euch testen und ja, soll ich mal Ace & Air machen? ich glaube, das würde ganz gut ankommen, also gestern habe ich ja schon ein Schleim-Video gemacht warte, ich will mal kurz den Schleim, also Leute, das ist eben noch nicht geplant, aber schaut euch hier einfach mal warte, ich mach kurz mal Ace & Air das ist jetzt unser neuer Slime, der ist neu und ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, wir gucken jetzt, ob die Uhr fertig ist, ich hoffe, ich bin so aufgeregt ja, auf jeden Fall könnt ihr ja schon mal ein Like da lassen, wenn ihr genauso gehalten seid wie ich, ich werde euch die Uhr jetzt erst mal zeigen und dann schauen wir auch, ob sie schon fertig geladen ist so Leute, hier sieht man ja schon die Uhr ähm, und okay ich kenne mich damit gar nicht aus ich kenne mich damit gar nicht aus okay, es ist nur nur Uhr 8, ich stelle mal kurz die Uhrzeit ein das ist jetzt gerade bei uns 17 Uhr 1, hier zeigt sie 5 Uhr 1 an ähm, und ich zeig euch jetzt, was es da drin so alles gibt also, man geht hier rein zack, dann gibt's hier warte, ich muss kurz ziehen die Einstellungen Vellistie, weiß nicht Stromsparmodus und Schlingeltöne dann Alarm Kalender Schrittzähler Stoppuhr Bluetooth Kontakte Wähler Nachrichten Aufrufe Benachrichtigung Audio Play und Kamera Kamera geht noch nicht ähm, Ruhen Wasser trinken Rechner Sleep und ja Ich stehe hier gerade hinter meinem Karton das war's auf jeden Fall mit dem Video ich hoffe euch hat gefallen wenn's euch gefallen hat lasst ein Abo da lasst ein Like da und ja, das war's von meiner Seite und tschau Nos 2 3 6 6 6 6